Hermann Wilhelm Göring ist eine der umstrittensten und vielleicht meist gehorsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Als zweiter Mann der Nazipartei hat er während des Zweiten Weltkriegs die Verantwortung für viele Kriegsverbrechen übernommen. Doch Görings Leben beschränkt sich nicht nur auf Kriegsverbrechen. Als selbstgemachter Mann hat er im Laufe seines Lebens vielen Schwierigkeiten gegenübergestanden und in verschiedenen Rollen gedient. In diesem Video werden wir Görings Leben, Aufstieg, Fall und seine Spuren in der Geschichte erkunden. In der deutschen Militärgeschichte wird das Leben von Hermann Wilhelm Göring, der sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg vertreten war, von Historikern in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil wird er als eine Person betrachtet, die Deutschland Vorteile verschafft hat, während er im zweiten Teil aufgrund seines Egoismus Deutschland geschadet hat. Wir werden insbesondere das Leben von Hermann Göring untersuchen, der während des Zweiten Weltkriegs einer der beliebtesten Figuren Deutschlands war und auch heute noch eine der am meisten diskutierten Persönlichkeiten dieser Zeit ist. Hermann Göring wurde in Rosenheim geboren und sein Vater war ein diplomatischer Offizier. Seine schwangere Mutter brachte ihn zur Welt, während sie bei seinem Vater im Einsatz in Haiti war. Allerdings kehrte seine Mutter zurück nach Haiti, als Hermann erst sechs Wochen alt war und ließ ihn bei Familienfreunden zurück. Drei Jahre nachdem sein Vater in den Ruhestand gegangen war, konnte Hermann wieder mit seiner Familie vereint werden und zog in ein Haus, das von Hermann Epenstein, einem jüdischstämmigen Mann, den sein Vater in Afrika kennengelernt hatte, zur Verfügung gestellt wurde. Epenstein verwöhnte Hermann und schenkte ihm teure Geschenke. Allerdings ist Epensteins Übertritt zum Christentum später kein ausreichender Grund dafür, dass Hermann Göring ein Feind der Juden wurde, da er nach den Rassengesetzen als Halbjude angesehen werden würde. Weitere Informationen zu diesem Thema werden in späteren Abschnitten des Videos gegeben. Als Hermann Göring im Alter war, um mit Freunden zu spielen, zeigte er immer einen Charakter, der militärische Spiele spielen und in diesen Spielen immer gewinnen wollte. Er war auch ein schlechter Schüler, der in der Schule nie studierte und schlechte Noten bekam. Mit zwölf Jahren wurde Göring jedoch zur Militärschule geschickt und wurde plötzlich der beste Schüler, obwohl er zuvor ein schlechter Schüler war. Im Alter von 19 Jahren schloss Göring sein Studium ab und begann als Offizier im Pionierbataillon von Prinz Wilhelm zu arbeiten. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, meldete sich Göring freiwillig an die Front, wurde jedoch während des Krieges krank und begann eine medizinische Behandlung in einem Militärkrankenhaus. Als ein enger Freund ihn während seines Krankenhausaufenthalts besuchte und ihm von seiner Arbeit in einem Fliegergeschwader erzählte, meldete sich Göring sofort bei dem Geschwader, als er aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Nach erfolgreichem Abschluss seines Flugtrainings wurde Göring als Kommandeur eines Geschwaders im Jahr 1917 eingesetzt. Göring hatte im Jahr 191822 Flugzeuge im Krieg abgeschossen und erhielt die höchste Auszeichnung Deutschlands, die Pur-le-Merite-Medaille. Als der Rote Baron, Manfred von Richthofen, starb, wurde Göring im Alter von 25 Jahren zum Leiter der größten deutschen Flotte ernannt. Zu dieser Zeit wurden Postkarten in ganz Deutschland verteilt und er war sehr berühmt geworden. Aber Deutschland akzeptierte die Niederlage im Ersten Weltkrieg und Görings Flotte wurde aufgelöst, während er darauf wartete, in Deutschland als Held begrüßt zu werden, aber die Luftwaffe war vollständig aufgelöst worden. Göring entschied sich, nachdem er arbeitslos in Deutschland war, als Testpilot nach Dänemark zu gehen. Danach tourte er durch verschiedene Länder und trat in Flugshows auf. Göring führte in dieser Zeit ein Leben, das weit entfernt von Luxus war und war unglücklich. Einer der Wendepunkte in Görings Leben begann, als der schwedische Graf Erik von Rosen ihn im Jahr 1920 in die Luft brachte. Eigentlich war ein 45-minütiger Flug geplant, aber aufgrund schlechter Wetterbedingungen flogen sie drei Stunden. Göring schaffte es, auf einem Zugefrorenen sie zu landen, und Graf Rosen lud ihn in sein Schloss ein. Hier traf Göring Karin Axelina Hulda, die Schwester von Grafs Rosens Frau, und sie verliebten sich ineinander. Karin war verheiratet und hatte einen kleinen Sohn. Aber Karin verliebte sich in Hermann Göring, ließ sich von ihrer Adelsfamilie scheiden und zog nach Deutschland, um Göring zu heiraten. Göring, wie viele ehemalige Soldaten in Deutschland, begann sich für Politik zu interessieren und traf im Jahr 1922 bei einem politischen Treffen in München den Führer der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei, Adolf Hitler, der zuvor eine kleine Partei geleitet hatte. Hermann Göring war von Hitler sehr beeindruckt, aber zu dieser Zeit brauchte Hitler eigentlich Göring mehr als umgekehrt. Denn die Partei hatte noch keine Bekanntheit in Deutschland erlangt und kämpfte um ihr Überleben. Hermann Göring, der ein Heldpilot des Ersten Weltkriegs war, sollte das Gesicht der Partei sein, um Anhänger zu gewinnen. Zudem hatte Hermann Göring eine weitere positive Eigenschaft, er war sehr rätselig und konnte Menschen schnell beeinflussen. Görings Ehefrau Karin war aufgrund ihrer adligen Herkunft gut mit der Oberschicht verbunden. Zu dieser Zeit war eine der wichtigen Rollen von Hermann Göring in der Partei, wohlhabende Geschäftsleute zu beeindrucken. Die von seiner Frau Karin organisierten Hauspartys wurden von den High-Society-Familien sehr geschätzt. Hier begann Hermann Görings übermäßige Liebe zum Luxus, aber er wollte eine wichtige Position in der Partei und Hitler ernannte Göring zum Anführer der Sturmabteilung, SA. Im Jahr 1923 war Deutschland wirtschaftlich vollständig zusammengebrochen und die Parteiführer sahen dies als Chance, um die Macht zu übernehmen. Bei dem Ereignis, das in der Geschichte als Beerhallenputsch bekannt ist, besetzten etwa 3000 SA-Mitglieder und führende Parteimitglieder gewaltsam Regierungsgebäude in München und übernahmen die Kontrolle. Doch aufgrund kleinerer Kämpfe endeten die Ereignisse und Hermann Göring wurde an der Leiste verletzt. Während des Putschversuchs war Hermann Göring einer der wichtigsten Personen, die an vorderster Front standen und den Putsch organisierten. Dies war ein Opfer, das Hitler später nicht vergessen würde. Nach dem Scheitern des Putschversuchs wurde die Partei vollständig verboten und Hitler wurde verhaftet. Göring wurde jedoch von seinen Freunden außerhalb Deutschlands in Sicherheit gebracht und war plötzlich von einem Kriegshelden zu einem gesuchten Verbrecher in Deutschland geworden. Die Verletzung, die Hermann Göring erlitten hatte, war so schmerzhaft, dass er auf Morphin angewiesen war und süchtig geworden war. Nach vielen Reisen mit seiner Frau ging Göring nach Schweden und geriet wegen Karins Krankheit in Schwierigkeiten. Aufgrund seiner Morphensucht hatte er verrückte Verhaltensweisen gezeigt und war drei Monate in einer psychiatrischen Klinik in Schweden untergebracht. Trotz der Bemühungen seiner Frau und ihrer wirksamen Briefe konnte Hermann Göring seine Sucht nicht vollständig überwinden, aber sein Zustand hatte sich verbessert. Die Behandlungskosten hatten jedoch das Budget des Paares belastet. Vor allem Karins persönliche Gegenstände waren fast alle verkauft worden. Im Jahr 1927 waren die Verbote von Hitler und seiner Partei bereits aufgehoben worden und die Partei war sogar populärer geworden. Göring hatte nichts zu tun und seine einzige Lösung war, zurück nach Deutschland zu gehen und wieder in der Partei aktiv zu sein. Als er nach Deutschland zurückkehrte, war Hitler zufrieden und Göring setzte seine frühere Rolle fort, Werbung für die reichen Geschäftsleute der Partei zu machen. Das Göring-Paar hatte wieder den Luxus, den sie vermissten. Tatsächlich war diese Zeit jedoch ein voller Erfolg für Karin, nicht für Göring, und Hitler mochte Karin sehr und kam oft zu Görings Haus, um mit ihr zu sprechen. Karin und Hermann Göring waren sehr zufrieden mit dieser Aufmerksamkeit. Bei den Wahlen von 1928 wurden zwölf Mitglieder der Nazipartei ins Parlament gewählt, darunter auch Hermann Göring. Göring war Hitlers rechte Hand und vermehrte sein Vermögen. Aber Karin war zu dieser Zeit sehr krank. Als sie in Schweden behandelt wurde, war Göring nicht bei ihr, als sie 1931 starb. Aber Karin hatte gewollt, dass er nach Deutschland geht. Bei den Wahlen in Deutschland im Jahr 1932 gewann die Partei 13 Millionen Stimmen und Göring wurde Parlamentspräsident. Wenn wir uns Görings Karriere bis zu diesem Zeitpunkt ansehen, sehen wir ein Leben voller Schwankungen. Aber in den Höhen der damaligen Zeit war der größte Erfolg seiner Frau Karin zuzuschreiben, die nun gestorben war. Hitler hatte bei dieser Wahl zwar viele Stimmen bekommen, aber wurde nicht zum Kanzler von Paul von Hindenburg ernannt. Göring war einer derjenigen, die Hindenburg am meisten unter Druck setzten. Schließlich wurde Hitler zum Kanzler gewählt und Göring wurde Innenminister von Preußen, einer der ältesten Regionen Deutschlands. Göring würde Preußen leiten. Auch die deutsche Polizei war Göring unterstellt und er begann, seine treuen SA-Milizen in der Polizeiorganisation zu platzieren. In dieser Zeit wuchs die Partei stark, aber es gab immer mehr Personen in Hitlers Umgebung. Um Hitler nahe zu sein und an Macht zu gewinnen, begannen auch in dieser Zeit die Intrigen im Führungskader. Göring war damals eine sehr wichtige Figur für Hitler, aber sein größtes Problem war, dass er zu weit von Berlin entfernt war. Er könnte an Popularität verlieren, weil er nicht inmitten der Geschehnisse in Berlin war. In dieser Situation traf er sich mit Hitler und befürwortete die Gründung der geheimen Staatspolizei Gestapo, um eine vollständige Kontrollmechanismus innerhalb der Partei zu schaffen. Gestapo war auch Göring unterstellt. Anfangs in Preußen tätig, begann Gestapo später in ganz Deutschland aktiv zu werden. Dadurch wurde Göring gestärkt, denn er konnte nun alle Führer verfolgen, auch wenn er nicht in Berlin war. Mit den Informationen, die Gestapo durch Abhören des Telefonnetzes und Berichte über alle Führer an Göring weitergab, konnte er sogar die Leute in Diskussionen überraschen. Das erste Konzentrationslager in Deutschland, in dem Parteigegner inhaftiert wurden, Dachau, war auch Görings Idee. Die Macht der SA, die weiterhin eine Gefahr darstellte, beunruhigte sowohl Hitler als auch Hermann Göring. Insbesondere der Anführer der SA, Ernst Röhm, begann eine große Gefahr für die Partei darzustellen. Hermann Göring, der im Rennen um die Popularität der Führer vorne sein wollte, wollte einen wichtigen Konkurrenten aus dem Weg räumen, indem er die SA beseitigte. Deshalb sprach er mit Hitler über die negativen Dinge, die Ernst Röhm betrafen. Seine größte Waffe war Röms Homosexualität. Außerdem machte die Gewalttätigkeit dieser Gruppe die großen Investoren sehr nervös. Ernst Röhm wurde während der sogenannten Nacht der Langen Messer verhaftet und anschließend getötet. Nach diesem Erfolg ernannte Hitler Hermann Göring zum Minister für Luftfahrt. Nachdem die Gründung der deutschen Luftwaffe verboten worden war, gründete und entwickelte Göring 1934 heimlich die Luftwaffe über die deutsche zivile Luftfahrtgesellschaft Lufthansa. Im Jahr 1935 verkündete Hitler dann der ganzen Welt, dass Deutschland eine Luftwaffe habe. In nur einem Jahr brachte Göring die Luftwaffe auf ein gutes Niveau, was Hitler sehr beeindruckte, und ihm wurde die Autorität zur Erstellung des Wirtschaftsprogramms für die Jahre 1936 bis 1939 übertragen. Mit wachsendem Reichtum wurde Görings Liebe zum Luxus grenzenlos. Er war immer in den Propagandafilmen mit auffälligen Uniformen und wertvollen Schmuckstücken zu sehen. Hermann Göring war eine der beliebtesten Personen in der deutschen Regierung und wurde vom deutschen Volk sehr geschätzt. Obwohl er in dieser Zeit weit mehr Ruhm erlangte als im Ersten Weltkrieg, hatte er große Probleme mit seinem Gewicht. Nach Karins Tod übernahm Magda Goebbels, die Ehefrau von Paul-Joseph Goebbels, die Gastgeberrolle bei großen Partys. Joseph Goebbels, ein weiterer Rivale von Göring, gewann dadurch Anmacht. Nachdem Hermann Göring begonnen hatte, sich für die berühmte Bühnenkünstlerin Emmi Sonnemann zu interessieren, wurde diese Beziehung von der Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt. Auf Hitlers Drängen hin mussten sie aus ethischen Gründen heiraten. So konnte Göring wieder große Partys veranstalten. Im November 1938 ereignete sich die sogenannte Kristallnacht, bei der die Feindseligkeit gegen Juden in Deutschland zunahm und Angriffe auf jüdische Geschäfte und Synagogen stattfanden. Hermann Göring zeigte sich gegenüber allen Führern empört, die diese Ereignisse unterstützten. Wie zu Beginn unseres Videos erwähnt, war Görings Patenonkel jüdischer Herkunft und Göring war damals wie andere Führer kein Judenhasser. Er hatte keine Probleme mit Juden und unterstützte keine Gewalt. Stattdessen befürwortete er eine gesetzliche Lösung für das Problem. Denn wenn die Juden durch Gewalt besiegt werden, würden andere Führer im Vordergrund stehen, während Göring nicht an Macht gewinnen würde. Wenn er dies klug lösen könnte, könnte er mehr Lob von Hitler erhalten. Durch seine Arbeit sollten die Vermögenswerte der Juden in Deutschland konfisziert und diese Menschen aus Deutschland ausgewiesen werden. Bis zum Ausbruch des Krieges waren bereits 300.000 Juden aus Deutschland ausgewiesen worden, aber nach Kriegsbeginn änderten sich Deutschlands Prioritäten und das Auswanderungsproblem wurde auf Eis gelegt. In dieser Zeit begannen die Schritte zur Erweiterung der Konzentrationslager. Da Göring keine Probleme mit den Juden hatte, wurde er dennoch von der allgemein entstandenen Judenfeindlichkeit beeinflusst und wurde zu einem der fanatischsten Judenhasser. Er war auch einer der Ersten, der an der Einrichtung von Konzentrationslagern beteiligt war. Als sich 1939 die Kriegsgefahr in Europa stark erhöhte, ernannte Adolf Hitler Hermann Göring zum Führergouverneur, also zum stellvertretenden Führer. Göring war nun Deutschlands zweitwichtigster Mann, aber obwohl er es nicht offen zeigte, war er kein Befürworter des Krieges. Wenn Sie denken, dass er damit richtig lag, liegen Sie falsch. Denn Görings Kriegsverweigerung hatte nichts mit politischen Gründen zu tun, sondern war rein aus persönlichen finanziellen Interessen motiviert. Er war plötzlich von Armut geprägten Zeiten in Schweden zum zweitwichtigsten Mann in Deutschland aufgestiegen und hatte ein luxuriöses Leben begonnen, von dem er sich nicht mehr trennen wollte. Er konnte jedoch keinen Widerspruch gegen Hitler riskieren. Also versuchte er, durch seine Nähe zu Hitler daraus einen Vorteil zu ziehen. Insbesondere die Luftwaffe hatte im Spanischen Bürgerkrieg großen Erfolg. Die Luftstreitkräfte wurden plötzlich zum Liebling des Volkes und bei den Veranstaltungen bekamen die Flugzeuge die meiste Aufmerksamkeit. Aufgrund der schnellen Aufrüstung und des Erfolgs in den Spanienkrieg wurde Hermann Göring 1938 zum Generalfeldmarschall ernannt. Vor dem Krieg hatte Göring so viele Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen, dass die gesamte Verwaltung des Staates praktisch von ihm abhing. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehörten die Verantwortung für Rüstung und Wirtschaft, die Leitung des Bergbau- und Eisenhüttenunternehmens, das Forstministerium, das Luftfahrtministerium und vor allem die stellvertretende Führeraufgabe. Aber statt sich über die Arbeitsbelastung zu beschweren, versuchte Göring ständig, sich durch die Übernahme neuer Aufgaben populärer zu machen. Am 1. September 1939 begann Deutschland den Zweiten Weltkrieg in Europa, in dem es Polen angriff. Polen musste aufgrund des großen Erfolgs der Luftwaffe gegen Deutschland kapitulieren. An diesem Punkt können wir sagen, dass Hermann Göring einen positiven Beitrag zu Deutschland geleistet hat. Als im Jahr 1940 die Besetzung des Nordens begann, kapitulierten Norwegen und Dänemark sehr schnell. Der größte Anteil an diesem Erfolg lag bei der Luftwaffe. Bei der Besetzung Dänemarks reichte es aus, dass die Flugzeuge ohne Bombardierung über den dänischen Luftraum flogen. In Norwegen führte Hermann Göring die Fallschirmjäger, also die Fallschirmsprüngereinheit, an, die einen großen Sieg errang. Die deutschen Fallschirmjäger machten das Fort Ebene-Mail, das Eingangstor Belgiens vor dem Angriff Frankreichs, durch Überwindung einer doppelt so großen Verteidigungsposition der Feinde wirkungslos. Aufgrund des schnellen Zusammenbruchs Frankreichs und der Wirkung der Luftwaffe zeichnete Hitler Hermann Göring mit dem Rang eines Reichsmarschalls aus. Hermann Göring war der höchste rangierte Soldat in der gesamten deutschen Militärgeschichte und es gab keinen anderen Soldaten in der deutschen Militärgeschichte, der diesen Rang erreicht hatte. Aber Hermann Göring sah das Militärspiel nunmehr nur noch als Spiel an. Sein Hauptziel war es, seine Position als Führer Deutschlands nach Adolf Hitler zu festigen. Hier müssen wir über den Mayr-Vorfall sprechen, der in den Kommentaren zu den Videos erwähnt wurde, in denen von Göring die Rede ist. Diese Mayr-Geschichte ist eine von alliierten Quellen vollständig verdrehte Geschichte. Als der Zweite Weltkrieg begann und Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg erklärten, betonte Göring in einer Rede die Stärke der Luftwaffe und sagte, kein Feindflugzeug kann das Ruhrgebiet erreichen. Wenn eins es schafft, nennen sie mich Mayr. Das Ruhrgebiet ist eine der wichtigsten Regionen der deutschen Industrie. Nach dem Ersten Weltkrieg konnte Deutschland die Reparationen nicht bezahlen, und Frankreich besetzte diese Region und ließ die deutsche Wirtschaft vollständig zusammenbrechen. Göring gibt hier die Botschaft, wir sind nicht das alte Deutschland. Wir haben keine Angst vor ihnen. Mayr ist ein sehr gebräuchlicher Name in Deutschland, und damit will Göring sagen, wenn ich das nicht schaffe, bin ich ein gewöhnlicher Mensch. Alliierte Veröffentlichungen machen daraus jedoch einen Witz, indem sie es als, wenn eine Bombe in Berlin fällt, nennen sie mich Mayr, darstellen. Auf diese Weise versuchen sie, sowohl Hermann Göring als auch die Luftwaffe zu demütigen. Natürlich müssen wir auf die Dunkirk-Episode eingehen, wenn wir über die französische Besatzung sprechen. Die alliierten Truppen, die in Dunkirk eingeschlossen waren, flohen mit ihren Schiffen nach Großbritannien, obwohl die deutsche Armee sehr nahe war. Der letzte Schlag, der die alliierte Armee fast besiegt hätte, kam nicht von der deutschen Armee. Während die alliierten Truppen flohen, waren die Operationen der Luftwaffe unzureichend und das Heer wurde von Hitler gestoppt. Obwohl Göring auch in diesem Vorfall Fehler gemacht hat, wäre es ein großer Fehler, die Schuld nur ihm zuzuschreiben. Wie wir später erwähnen werden, hat Göring große Anstrengungen unternommen, um nach Hitler an die Spitze Deutschlands zu gelangen. Aber das gilt nicht für das Ereignis in Dunkirk. Während die Armee vorrückte, befahl Hitler, anzuhalten. Die problematische Versorgungslage, die Erschöpfung der Armee und ihre Abkehr nach Westen waren wichtige Faktoren in dieser Angelegenheit. Natürlich sind diese Faktoren auch ein diskutierbares Thema. Um es aus operativer Sicht einfacher zu lösen, bat Hitler Göring, die Luftwaffe damit zu beauftragen. Hier beginnt Görings Fehler. Ohne jegliche operative Vorbereitung stimmte er zu. Natürlich hatte er auch den Wunsch, seinen Erfolgen einen weiteren hinzuzufügen, aber es war unmöglich, Hitler in der erfolgreichsten Zeit der deutschen Armee zu sagen, dass er es nicht tun könne. Eines der besten Beispiele dafür ist, dass Erich von Manstein gegen die Besetzung Frankreichs war. Da zuerst an zwei Fronten gekämpft würde, war Manstein gegen die Besetzung Frankreichs und später sorgte er mit seinem Plan dafür, dass Frankreich schnell fiel. Obwohl Manstein in diesem Fall erfolgreich war, war Hitler nicht zufrieden mit Manstein, der ihm entgegengetreten war. Göring war jedoch definitiv nicht in der Position, Widerstand zu leisten. In den folgenden Themen waren viele Unterführer der Luftwaffe nicht der gleichen Meinung wie Göring und hatten Widerstand geleistet. Aber es war ein Befehl von Hitler. Görings größter Fehler in Dunkirk war, dass er die Ernsthaftigkeit des Vorfalls nicht erkannt hatte und sein gestiegener Ego aufgrund der Erfolge der Luftwaffe. Die Operation wurde als einfache Angelegenheit betrachtet, ohne dass wichtige Vorbereitungen getroffen wurden. Göring konzentrierte sich mehr darauf, was er nach seinen Erfolgen erreichen würde, als sich auf die Operation zu konzentrieren. Für eine erfolgreiche Operation wäre eine vollständige Luftherrschaft erforderlich gewesen, aber aufgrund von Eile wurde die Operation unregelmäßig und chaotisch. Mit anderen Worten, das Dunkirk-Problem wurde durch die Nachlässigkeit der oberen Führungskräfte und der Armee verursacht, die dieser Angelegenheit nicht genügend Ernsthaftigkeit entgegenbrachten. Es ist also falsch zu sagen, dass Göring der einzige Fehltritt in dieser Angelegenheit war, denn es wurden viele aufeinanderfolgende Fehler gemacht. Das neue Ziel Deutschlands war Großbritannien. Göring glaubte, dass er bei der Besetzung Großbritanniens im Vordergrund stehen würde. Er musste unbedingt bei diesem großen Sieg im Mittelpunkt stehen. Der vorrangige Plan für die Besetzung Britanniens bestand darin, den Süden Großbritanniens zu bombardieren und anschließend mit der Operation Seelöwe eine amphibische Landung durchzuführen. Hermann Göring behauptete jedoch überheblich, dass allein die Bombardierung durch die Luftwaffe ausreichen würde, um Großbritannien zur Kapitulation zu zwingen. Obwohl Hitler entschlossen war, die Sowjetunion anzugreifen, wurde aufgrund von Görings Aussage auf die amphibische Landung verzichtet. So wurde das Militär nicht aufs Spiel gesetzt. Bei dieser Entscheidung hatte Göring jedoch nicht einmal schwere Bombenflugzeuge zur Verfügung. Die leichten und mittelschweren Bomber erwiesen sich als sehr ineffektiv. Nach den Luftkämpfen in Großbritannien erlitt Deutschland eine schwere Niederlage. Die Luftwaffe erlitt schwere Verluste und Göring begann allmählich an Beliebtheit bei Hitler zu verlieren. Nach dem Krieg gegen Großbritannien war Göring, der es nicht gewohnt war, sich mit Niederlagen und einer Nebenrolle abzufündeln, wieder intensiv auf Morphin angewiesen. Als der Ostfeldzug Deutschlands begann, hatte die Luftwaffe ihre frühere Stärke wieder erlangt und Göring begann erneut zu prahlen. Bis zur Schlacht von Stalingrad lief alles gut, aber als der Winter kam und die Versorgungswege blockiert wurden, suchte die Armee nach einem Ausweg, während Göring eine Chance sah, den Krieg gegen Großbritannien wieder gut zu machen. Ohne die Luftwaffenkommandanten zu konsultieren und mit kaum Kenntnissen über das Inventar oder einem operativen Plan versprach Göring Hitler, dass er Nachschub nach Stalingrad liefern würde. Tatsächlich konnte Hitler niemanden finden, der die Verantwortung übernehmen würde, während er nach einem Ausweg suchte, und deshalb akzeptierte er das Angebot sofort. Die Luftwaffe bemühte sich um Nachschub für Stalingrad, aber nur ein Zehntel des benötigten Materials erreichte die Soldaten. Hunderte von Flugzeugen gingen auch verloren. Diese Operation endete in einem großen Misserfolg und die Schlacht von Stalingrad wurde verloren. Nach dieser Niederlage vermiet Hitler monatelang den Kontakt mit Göring und wollte nicht einmal, dass sein Name bei Treffen erwähnt wurde. Görings Morphenabhängigkeit nahm stark zu, und obwohl er immer noch offiziell tätig war, fiel er in eine passive Position als Deutschlands zweitmächtigster Mann zurück. Im Jahr 1942 übernahm Albert Speer viele Aufgaben von Göring und Hitler begann persönlich die Luftwaffe zu leiten. Hermann Göring war trotz aller Rückschläge immer noch Deutschlands Nummer zwei und wollte auf keinen Fall seinen luxuriösen Lebensstil aufgeben. Mit der Wirkung des Morphins glaubte er, dass Hitlers Ende gekommen war und dass er Deutschlands neuer Führer werden könnte, wenn Frieden mit den Alliierten geschlossen würde. Er unternahm einige kleine Versuche, hatte aber auch Angst, da dies als Vaterlandsverrat angesehen werden konnte. Rudolf Hess, der Hitler beeindrucken wollte, hatte es versucht und wurde zum Verräter erklärt. Die Alliierten sahen jedoch Hermann Göring als eine der letzten Personen, mit denen sie eine Einigung erzielen würden. Noch vor Kriegsende stand Göring an erster Stelle auf der Liste, die erstellt wurde. Darüber hinaus hatte Göring alle Befehle zur Vernichtung der Juden unterschrieben. In der Tat trug seine Unterschrift unter dem offiziellen Dokument, das die Massenexekution der Juden dokumentiert, die größte Verantwortung. Wenn man aus einer anderen Perspektive auf die Angelegenheit schaut und eine Anklage aufgrund offizieller Dokumente erhoben wird, würde Hermann Göring als der größte Verbrecher anstelle von Adolf Hitler bezeichnet werden. Im Laufe des Kriegsendes war Hermann Göring immer mehr in Undnade gefallen und konnte zu keinem Thema mehr Stellung nehmen. Er wurde vollständig von der Regierung entfernt. Göring begann, sich luxuriös zu vergnügen und machte mit seinem privaten Zug namens Asien eine Tour durch Deutschland und Frankreich. Währenddessen begann Göring, wertvolle Gemälde und Skulpturen aus französischen Museen zu stehlen. Als die Alliierten im Jahr 1945 vor den Toren Berlins standen, war Göring einer der führenden Flüchtlinge. Als er erfuhr, dass Berlin kurz vor dem Fall stand, schickte er eine Nachricht, in der er erklärte, dass er innerhalb von 24 Stunden die Kontrolle übernehmen würde, wenn er keine Antwort erhielte. Hitler war sehr wütend darüber und erklärte Göring zum Verräter und entzog ihm alle Ämter. Es wurde angeordnet, dass auf Göring in allen militärischen Einheiten geschossen werden sollte, sobald man ihn sah. Berlin fiel und Deutschland kapitulierte. Göring lebte weiterhin im Untergrund. Anfangs weigerten sich immer noch viele deutsche Einheiten, sich zu ergeben und setzten ihren Widerstand fort, während Göring von einer Einheit gestoppt wurde, die ihn festnehmen wollte. Glücklicherweise widerstanden die Truppen der Luftwaffe, die sich in der Region befanden, dieser Einheit und Göring konnte entkommen. Hitler war tot und man brauchte jemanden, der mit den Alliierten verhandeln konnte. Als Deutschlands zweiter Mann glaubte Göring, dass er sich mit den Alliierten einigen würde, anstatt jeden Tag in Angst zu leben, und übergab sich ihnen. In den ersten Tagen, als er sich ergab, verbrachte er lustige Zeiten mit seiner Einheit, indem er seinen Charme einsetzte und sogar zu jemandem wurde, der den Alliierten Journalisten Interviews gab. Schließlich wurde er jedoch nach Nürnberg gebracht, um vor dem Kriegsverbrechertribunal angeklagt zu werden, und sein gesamtes Vermögen wurde beschlagnahmt. Während des Prozesses zeigte sich Göring sehr entspannt und verwandelte das Gericht mit intelligenten Antworten auf gestellte Fragen in seine eigene Show. Als er das erste Mal vor dem Ankläger stand, hatte er ihn völlig überwältigt und seinen Auftritt zu einer Show gemacht, die alle im Gerichtssaal überraschte und mit Applaus von allen Angeklagten endete. Die Alliierten, die dies beobachteten, beschlossen, Hermann Göring von den anderen Angeklagten zu unterscheiden, da er sie bei jeder Gelegenheit überzeugte und die anderen Angeklagten ständig Reden hielten, in denen sie Hitler lobten. Göring hörte dem Gericht in jeder Sitzung gleichgültig zu, indem er eine schwarze Brille trug. Wenn er an der Reihe war, lehnte er immer wieder alle von ihm unterzeichneten Dokumente ab, die Straftaten enthielten, und sagte, dass er keine Reue empfinde. Im Zusammenhang mit Ihrer Frage, dass dieses durch die Gerichte nicht überprüft werden konnte, wollte ich noch ausführen, dass eine Verfügung erlassen worden war, durch mich und Frick gemeinsam, dass Männer, die in das Konzentrationslager eingeliefert, also Persönlichkeiten eingeliefert wurden, dass ihnen nach 24 Stunden der Grund ihrer Einlieferung bekannt gegeben werden sollte und sie nach 48 Stunden, oder es war jedenfalls eine enge Beschränkung, einen Anwalt, das Recht auf einen Anwalt hatten. Der Prozess endete und Göring sollte als Nummer 1 der Schuldigen hingerichtet werden. Bevor er hingerichtet wurde, bat er seinen verantwortlichen Offizier um seine besondere Box und nahm das darin versteckte Zyankali ein und beging Selbstmord. Obwohl er Selbstmord begangen hatte, wurde er erhängt und zusammen mit anderen Personen ausgestellt. Anschließend wurde seine Leiche verbrannt und die Asche wurde in den Isarfluss gestreut. Hermann Wilhelm Göring in Leben erzählt die komplexe Geschichte einer Person, die als Kriegsverbrecher in Erinnerung bleiben sollte. Es ist jedoch wichtig, sein Leben in all seinen Facetten zu verstehen. Besonders in seiner Jugend zeigte Göring eine einzigartige Begabung und Führungseigenschaften. Doch der Missbrauch dieser Fähigkeiten führte dazu, dass sein Leben tragisch endete. Görings Leben bietet einen lehrreichen Einblick in die dunklen Seiten der Menschheit während einer bedeutenden Zeit in der Geschichte. Ob Hermann Göring für Deutschland nützlich oder schädlich war, ist auch heute noch ein umstrittenes Thema. Es gibt sowohl liebevolle Bewunderer als auch diejenigen, die glauben, dass Göring für die Niederlage im Krieg verantwortlich war. Ich überlasse es Ihnen, zu entscheiden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund!